Hallo und herzlich willkommen hier bei Mazda 646 Garage bei dem Festival Video hier beim Reißbrenn Corona Edition 2021. Wir gucken uns hier um, was es Schönes gibt hier beim Schonen Schein hier drüben am Fahrerlager und nehmen euch mit auf eine spannende Reise hier durch das Festival. Wir sehen uns wieder nach dem Intro. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Was kann I say? Party nonstop Was kann I say? Party nonstop 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nee, 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 da habe ich gar nicht mehr dran geglaubt. Fahren wir an Lausitzringen. Und da habe ich immer gesagt, wartet, wartet, wir kämpfen noch mit den Behörden. Keine Ahnung. Und das ging wirklich ewig hin und her. Ich glaube, also ihr würdet es nicht glauben. Ich habe auch riesen Ordnungsverfügungen gekriegt. Das ist so fett wie ein Quelle-Katalog, was wir alles zu beachten haben. Also ohne das Team geht es einfach nicht. Also wie gesagt, muss ich mich nochmal bedanken. Wirklich für die zahlreichen Helfer, die sich echt das Wochenende lange, lange freigehalten haben. Ja, und dann natürlich auch euch gilt ein Riesendank, dass ihr auch alle so lange gewartet habt. Ich meine, ich habe viele Kommentare gelesen, Mensch, ich bin jetzt schon in Mallorca. Scheiße, hätte ich das gewusst? Mit jedem von uns, wie er sagt, er hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass wir hier auftauchen, sondern die ganze Kraft und die Windstärke dazu, das ganze Ding durchzuziehen, obwohl es voll ist, Marcel, nein, mit 1000 Leuten können wir das nicht machen. Und dann abkommt Scheiß drauf, ich habe Bock. Hatte durchgezogen, Margot Tillmann, Reißbrenn.